Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die Dachsanalyse für Montag, den 28. Oktober 2024. Unser Dachser schleppt schon wieder Knochen rum, um mal eine kleine Andeutung aus der letzten Woche mitzuziehen. Denn war ein bisschen dünn, was wir am Freitag gesehen haben. Wir haben uns am Freitag grundsätzlich darüber unterhalten, welches Risiko er hätte und auch welche Chance. Das Risiko war klar, dass wir die 400 zerwamsen, nach unten drunter fallen, in den Abwärtstrend wieder zurücktauchen und hier kläglich runter scheitern in die 220, vielleicht sogar mit ein bisschen Tempoaufnahme. Das war nicht. Ja, also 400 hat ganztägig eigentlich gehalten, auch wenn er mal ein bisschen angerissen hat, aber ist einfach nicht drunter gegangen, hat sich nicht drunter etabliert bekommen. Auf der anderen Seite sollte aber dann im positiven Szenario über 450 durchaus Antrieb finden, wieder in der 600 rein. Haben gesagt, das geht, das Abwärtstrend durch, dynamisch hoch, wenn das jetzt bloß ein Pullback war, dann kann er über 450 und dann zack zu 600, zack zu 37. Ja, da habt ihr wahrscheinlich genauso davor gesessen wie ich und euch dann gefragt, na und nu? Das kam nämlich nicht, ja, da hat er über 400, dann hat er wieder unten rumgestängert, das fasst bis 400 zurück, dann wieder über die 450, also er ist ja schon ein bisschen hochgekommen über 450, aber das ist permanent da so eigentlich drumherum geschnitzt, ja. Und dann wieder drunter, wieder hoch, wieder rüber, wieder drunter, da waren dann schon die ein oder anderen von genervt. Und am Ende des Tages dann sogar tief geschlossen, um den Wochensturz auch nach Rot rauszuziehen. Und auf Tagesebene ist das jetzt hier nicht so unbedingt als, ähm, ja, sieht das hier nicht nach einem Wegbrechen aus, ja. Also die Tageskerze ist einfach auf Tagesbeginn wieder rausgegangen. Aber es ist halt dafür, dass er, dass er runtergekommen ist, um jetzt in der Erholung wieder aufzutreten, kann er schon dünn. Ja, und deswegen würde ich schon unterhalb von 400 am Montag eher damit rechnen, dass er uns noch ein bisschen Saft nach unten gibt, ja. Also sollte der hier unter der 400 jetzt am Montag rumfuchteln, da brauche ich auch nicht noch irgendwie einen Punkt mehr. Dann würde ich dann rechnen, dass wir in die 340, 320 tauchen. Das wäre dann jetzt nochmal ein Support, ja, auch aus Sicht von einer möglichen ABC. Kann es gut sein, dass er von dort nach oben aufzieht. Sollte er von dort nach oben aufziehen und er geht wieder durch die 400 nach oben durch, wäre das sogar auch noch in Teilen positiv zu werten, weil er ja dann immer noch über dem Abwärtstrend ist und die Chance hat, hochzusteigen. Und er könnte sich dann erneut Richtung 450, 500 und auch 600 aufmachen. Aber man muss eben klar und deutlich das signalisieren, dass er dann hier 340, 320 auch zum Aufdrehen nutzt. Sollte der von unten kommend an der 400 einfach nur abprallen, richtig wie so ein... Also wie als steht da oben einer mit Tennisschläger und ballert dem das auf den Kopf drauf und er dreht sich hier wieder runter oder fällt vielleicht direkt einfach hier durch die 340, 320 durch. Dann bleibt es dabei, dass wir dann unten erst die nächsten Bereiche bei 220 und bei 1,50 eigentlich haben, die dann wieder interessant werden. Ja, und deswegen ist unterhalb von 400 ein bisschen das Risiko. Kleiner Überraschungsbereich, vielleicht so um 340, 320 sollte man genauer hingucken. Nicht, dass er dann da nach oben wegschnurft, aber das wäre so meine Erdwartungshaltung, wenn wir unter der 400 liegen. Sollten wir aber gar nicht unter 400 gehen und der Sack startet wieder nach oben an, geht wieder über eine 450, wäre das im Zweifel dann vielleicht eine Art, ähm, ein kleines Dreieck, ja. Oder vielleicht sogar eine kleine politische Verkeilung, könnte man auch so ziehen, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es kann auch ein fallendes Dreieck werden, das ist alles jetzt ein bisschen davon abhängig, wie hoch kommen wir. Ja, und deswegen kann ich sagen, wenn wir hochkommen und der startet uns über eine 450 raus, also oberhalb der letzten Stundenkerze, möchte ich auch sehen, dass er über die 500 drüber geht. Ich möchte sehen, dass der wenigstens das hoch rausnimmt, weil wenn er nur so 450, 480 macht und er dreht dann wieder runter auf die 400, dann wird es ein fallendes Dreieck hier. Und fallende Dreiecke lösen ja nach unten auf, ja. Und deswegen bräuchte ich, wenn er über 430, 450 geht, bräuchte ich ihn auch über der 500, 515 da, also über den hochs vom Nachmittag, ja, um ihn nach oben Richtung 637 anzuziehen. Und das dazwischen ist vermutlich eher so Schiebezone, ja, wo man sich vielleicht auch ein bisschen die Finger verbrennen kann. Dann würde ich mir wahrscheinlich klemmen, einfach, ja. Also, wenn er positiv notiert, über 450, 500 und Tageshoch ist auch nicht bloß wieder dieses Skit da hochgestartet, sondern wirklich auch dann so 10, 11, 12 Uhr Tageshoch setzt, über eine 450, 430, möchte ich bitte auch noch eine 500 sehen. Vorher würde ich, glaube ich, mit Longs eher mehr zurückhalten, weil, wie gesagt, wenn er unter 400 geht, ist ja eher erstmal noch, ach, ich sehe ihn eigentlich sogar fast eher bei der 340, 320, muss ich schon so sagen. Und das wird dann so ein bisschen für mich die Entscheidungsstelle, ja, von der ich das dann abhängig machen würde. Kommt er von da wieder hoch, ja, dann wäre ich vielleicht sogar ein bisschen bereit, Longs zu suchen, ja, würde ein bisschen schimmiger aussehen, aber, boah, ob ich das mache, hm. Ja, 400 ist dann von unten mega witzig, das sind eigentlich so, das sind eigentlich die schönsten Zonen, die man festmachen kann jetzt hier. Und das hier oben ist ein bisschen spanniger, ja, das muss man schon ganz klar sagen. Also, ja, das bringt der Chart einfach so mit sich jetzt. Ja, und von daher brauchen wir hier gar nicht so viel Zinnober verbringen. Es liegt sogar fast, also, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht noch so ein Seitwärtstag wird, weil der Montag ist relativ langweilig, also es geht erst am Dienstag los, da kommen dann Zahlen, Google und so, also das ist eine interessante Woche, stehen viele Unternehmenszahlen auch an, wichtige Unternehmen auch, die Zahlen liefern. Ich glaube, VW kommt auch noch im DAX, Merck müsste mit dran sein. Aber alles dann als Montag nicht, ne, das geht alles dann erst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind, glaube ich, so die drei Haupttage. Ja, vergesst auch nicht, auch wenn ihr Feiertag habt, das interessiert hier keinen. Also, weder die Amerikaner noch die deutschen Börsen haben zu, ich glaube, die Deutschen sogar erst Weihnachten wieder. Die Amerikaner haben dann immer noch irgendein Thanksgiving irgendwann Ende November, ich glaube, am 28. Ja, von daher, die Woche wird durchgehandelt, auch wenn ihr vielleicht einen Feiertag habt. Ja, gut, Freunde. Ja, mehr kann ich auch noch sagen. 400 ist eigentlich Knackpunktmarke, 340, 320 unten und oben, ja, schön, wenn wir über eine 500, 515 gehen. Also, wenn er wirklich positiv tendiert, würde ich mir auch einen Short-Slam über 430, aber ich möchte ihn auch wirklich da oben erst drüber sehen, dass er mir ein bisschen anzeigt, dass er Richtung 600 und mehr will. Vorher wäre ich noch vorsichtig. Ich mache jetzt so, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen. Tschüss.